Ich begrüße Sie ganz herzlich zu diesem Video-Training, in dem wir eine Fantasy-Kreatur gestalten werden. Mein Name ist Daniel Lieske und ich arbeite bereits seit 1999 als Illustrator und Comic-Autor. Das Gestalten von fantastischen Kreaturen gehört dabei zu meinen liebsten Aufgaben. Wir werden in diesem Video-Training den Weg von den ersten Ideen-Skizzen über die Ausarbeitung unseres Konzeptes bis hin zu einer fertigen Illustration unserer fantastischen Kreatur nachvollziehen. Wir werden dabei in Adobe Photoshop arbeiten, aber im Mittelpunkt der Betrachtung soll tatsächlich der kreative Prozess und weniger die technische Ausführung stehen und so kann meine Vorgehensweise größtenteils auch in traditionellen Medien nachempfunden werden. Ich konzentriere mich in diesem Training auf meine konzeptionellen Gedanken hinter jedem Arbeitsschritt und diese können auch von Zuschauern nachvollzogen werden, die keinerlei Erfahrung in Adobe Photoshop haben. Aber natürlich gehe ich auch darauf ein, welche Werkzeuge und Techniken ich jeweils verwende und wer bereits Erfahrung in Photoshop hat, wird daher sicherlich die ein oder andere Anregung für seine eigenen Arbeiten mitnehmen können. Ich freue mich, Ihnen diesen Blick über meine Schulter anbieten zu können und wünsche Ihnen nun viel Spaß mit diesem Video-Training.